17 Pflegeleichte Hängepflanzen für einen sorglosen Sommer Pflegeleichte Hängepflanzen sind lässig und elegant zugleich und doch haben sie Stil. Jedem Raum verleihen diese Pflanzen das gewisse Etwas. Ihre Blätter gleichen vom Aussehen her einem Wasserfall, der sich über den Rand des Topfes ergießt. Dadurch sind sie in jedem Raum ein Hingucker. Zudem schaffen die Pflanzen ein besseres Raumklima und können hervorragend in die Inneneinrichtung eingebaut werden. Doch welche pflegeleichten Hängepflanzen gibt es? Eine Übersicht erhalten Sie in diesem Video. 1. Schamblume Die Schamblume punktet mit hängenden, röhrenförmigen Blütenbüscheln und fleischigen Blättern. Die Blüten leuchten in Rot, Orange oder Gelb. Auch bei sommerlichen Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad möchten Sie nur wenig Wasser. Dünger brauchen Sie ebenfalls selten, nur alle zwei bis drei Wochen. Die Blütenbildung wird durch wenig Wasser angeregt. 2. Schwertfahnen Diese Pflanze kann bis zu einem Meter Länge erreichen. Die Blätter sind stark gefiedert und wachsen zum Teil aufrecht, aber auch überhängend und sind daher pflegeleichte Hängepflanzen. Den Schwertfahnen gibt es mit gedrehten oder gewählten Blättern. Zudem ist diese Pflanze auch sehr pflegeleicht, da sie nur Wasser und Dünger benötigt. Der Schwertfahnen reagiert jedoch auf Staunässe sehr empfindlich. 3. Kletterphilodendron Diese Pflanze kennt viele Menschen nur als aufrecht wachsende Pflanze, jedoch muss dafür mit einem Bambusstab nachgeholfen werden. Wenige wissen, dass die Pflanze sich auch als Hängepflanze eignet. Die Blätter sind herzförmig und können bis zu 30 cm groß werden. Die Pflanze ist sehr robust und sie wird nur selten von Krankheiten überfallen. Sie braucht nur Wasser und Dünger zur Pflege. 4. Korallenkaktus Auch wenn diese Pflanze nicht aussieht wie ein Kaktus, zählt sie trotzdem zu der Gattung. Er hat buschige, lange Triebe und kann auch in einer Pflanzenampel seinen Platz finden. Zudem hat die Pflanze das Verhalten eines Kaktus und ist sehr pflegeleicht. Ebenso verzeiht die pflegeleichte Hängepflanze viele Pflegefehler. Er braucht nur einmal in der Woche Wasser und ca. einmal im Monat Dünger. 5. Gemeiner Efeu Der Gemeine Efeu findet sich oftmals als Kletterpflanze an Hausfassaden oder Bäumen. Doch nicht nur dort ist sie bestens geeignet, sondern auch als pflegeleichte Hängepflanze. Die Pflanze ist äußerst robust, solange sie gegossen und gedüngt wird. Sie eignen sich auch für dunkle Räume und haben auch mit vielen anderen Pflanzen kein Problem. Der Gemeine Efeu ist jedoch giftig und kann Hautirritation bei Berührung hervorrufen. Somit eignet sich die Pflanze nicht mit Kindern oder Tieren im Haushalt. 6. Perlenschnur Die Pflanze hat Blätter, die kleinen, aufgefädelten Erbsen gleicht. Diese machen die Perlenschnur aus und sind nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Wasserspeicher. Aus diesen zerrt sie dann, wenn es eine Phase der Trockenheit gibt. Sie braucht nur wenig Wasser. 7. Zierspargel Spargel vermutet man eher auf dem Teller. Jedoch gibt es auch den Zierspargel für die Dekoration von Räumen als Hängepflanze. Die Pflanze ist anspruchslos und sehr pflegeleicht und kann auch blühen. Jedoch geschieht dies nur bei sehr guter Pflege. Die Blüten sind sehr kleine, rote Beeren. Diese sind jedoch stark giftig und eignen sich somit auf keinen Fall zum Verzehr. 8. Goldbart Die Pflanze mit dem Namen Goldbart ist robust und ausdauernd. Sie braucht nur wenig Pflege mit wenig Wasser, solange die Temperatur bei 18 und 22 Grad liegt. Der Goldbart mag keine direkte Sonneneinstrahlung. Die Blätter sind oft rötlich gefärbt und können bei Pflege sehr üppig werden. 9. Efeutute Die Efeutute kennen viele Menschen. Jedoch vermuten viele diese Pflanze im Bereich Kletterpflanze und nicht als Hängepflanze. Sie bilden ein dichtes Blattwerk und bieten sich als Raumteiler an. Sie braucht nicht viel Wasser und auch keinen Dünger. Die Blätter sind oftmals in Weiß, Creme oder Gelb zu finden. Die Efeutute sorgt ebenso für ein gesundes Raumklima und filtert sowohl Zigarettenrauch, Formaldehyd und Abgase aus der Luft. 10. Kannenpflanze Die Kannenpflanze ist ein absoluter Hingucker im Bereich der pflegeleichten Hängepflanzen. Es gibt über 100 verschiedene bekannte Arten dieser Gattung. Ursprünglich kommen die Pflanzen aus Südostasien, einige jedoch auch aus Indien, Australien oder Madagaskar. Bei diesen Arten müssen lediglich einige Standortbedingungen beachtet werden. Es sollte ein heller Standort sein, das Substrat nährstoffarm, sauer und durchlässig. 11. Grünlilie Die Grünlilie mag sowohl Innen- wie auch Außenräume und wächst fast überall. Sie bevorzugt helle Standorte. Diese Pflanze braucht keine übermäßige Pflege, um zu gedeihen. Sie hat einen positiven Einfluss auf das Raumklima. Die Grünlilie wächst in langen, herunterhängenden Blütentrieben und ist eine der besten luftreinigenden Pflanzen. 12. Geweihfahnen Der Geweihfahnen kommt aus den tropischen Regenwäldern Südostasiens und Australiens und gehört zur Familie der Tüpfelfahnengewächse. Es gibt 17 bekannte Arten des Geweihfahns und ereignet sich als Hängepflanze. Blüten bildet der Fahnen nicht aus. Austrocknen darf der Wurzelballen des Geweihfahns nicht. Zeitweise von April bis August braucht die Pflanze etwas Dünger. 13. Dreimasterblume Die Blätter dieser Blume sind leicht gefärbt. Das Spektrum der Farben reicht von leichtem Rosa bis Violett und bei einigen Sorten reichen die Farben auch in den Blättern von Silber bis Gold. Die Blüten sind in den Farben Rosa, Weiß und Blau-Violett vertreten. Eine Länge von bis zu 40 cm können die herabhängenden Triebe erreichen. Die Dreimasterblume braucht einen hellen Standort mit einigen Sonnenstunden täglich. Sie braucht regelmäßig Wasser, jedoch sollte Staunässe vermieden werden. In der Zeit vom Frühjahr bis zum Herbst sollte die Pflanze alle zwei Wochen gedüngt werden. 14. Spanisches Moos Die Pflanze gehört zu den Bromeliengewächsen und ist ursprünglich in den USA zu Hause. Ebenfalls ist diese unter dem Namen Feenhaar bekannt. Die Triebe sind lang und haben Ähnlichkeiten mit einem Vorhang. Die Blüten sind grünlich und unscheinbar. Wurzeln bildet diese Pflanze nicht aus und die Nährstoffe zieht sie aus der Luft und vom Regen. Die Pflanze braucht einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Am besten verträgt sie die Morgen- und Abendsonne. Am besten sollte die Pflanze mit kalkarmem Wasser außerhalb der Sonneneinstrahlung eingesprüht werden. Das spanische Moos sollte im Winter alle vier bis sechs Wochen gedüngt werden. 15. Felsendickblatt Ursprünglich stammt die Pflanze aus Südafrika und die kleinen, dicken Blätter sehen aus, als wären sie auf eine Schnur oder Kette aufgefädelt, ähnlich der Perlenschnur. Die weißen Blüten wachsen an dichten Dolden. Die Pflanze braucht einen hellen bis halbschattigen Standort und braucht nur mäßig Wasser. Dünger sollte zwischen April und September gegeben werden. 16. Rachenrebe Abhängig von der Art der Pflanze erreichen die Triebe eine Länge von bis zu zwei Metern. Ihre Blütezeit ist vom April bis Juni. Einige Sorten blühen aber auch ganzjährig. Die Farbe der Blüten variiert von Gelb, Dunkelrosa bis hin zu Scharlachrot. Die Rachenrebe braucht einen hellen bis halbschattigen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung und die Erde sollte leicht feucht gehalten werden. Vermeiden Sie unbedingt Staunässe. Die Pflanze sollte zwischen Frühling und Herbst alle zwei Wochen gedüngt werden. Zu guter Letzt 17. Zwergpfeffer Beim Zwergpfeffer gibt es ca. 1600 Sorten. Sie unterscheiden sich jedoch in der Form ihrer Blätter und den Farben. Die Blätter sind rund und fleischig mit weißen Adern und die Blüten sind cremeweiß. Sie brauchen einen hellen bis halbschattigen Standort und werden ca. 20-40 cm hoch. Sie brauchen mäßig viel Wasser und zwischen April und Ende August einmal im Monat Dünger. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns schon, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.